Ja, da sind wir wieder im Moon Mare Part 13 des Let's Play Minecraft. Ja, wir wollten ja hier diese, ähm, ja, die Getreidefarm weitermachen. Habe ich vernommen, das heißt vernommen. Im letzten Part sagte ich das ja. Und da haben wir jetzt schon ein paar neue Samen, die ich hier jetzt auch gleich mal hoffe, ein wenig aufstocken zu können. So, 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 so. Dann haben wir die, genau, haben wir die Hake, haben wir schon. Steinfeldhacke. Aha! Die Steinfeldhacke haben wir also nun auch dabei. Und dann Steinfeldhacken wir mal das Feld. Warum mache ich, dass so viel Wasser dazwischen ist, beziehungsweise baue es so? Das hat einen einfachen Grund, dass so das Getreide einfach am schnellsten wächst. Also, falls sich irgendjemand fragt, warum ich da so viel Wasser daneben mache. Wir haben ja genügend Platz, unendlich Wasser zur Verfügung. Und... Die Steinfeldhacken ist soeben zerbrochen. Ja, da können wir hier schon mal ein bisschen anfangen zu sehen. Da werden wir natürlich, vielleicht später, da wahrscheinlich noch ein... Noch einen... Na? Zaun. Zaun war das Wort. Ein Zaun. Drum machen. Hier haben wir schon wieder... Ein bisschen neues. So, das müsste hier eigentlich beides fertig sein. Das müsste auch fertig sein. Ich werde es hier jetzt einfach nicht mehr nachpflanzen, sondern das pflanzen wir dann da unten rein. So, also ich finde, man sollte das... Das ändere ich vielleicht selber nochmal. Vielleicht so, dass da, wenn es fertig ist, oben so ein paar... Ja, dass das ein bisschen mehr Farbeunterschied ist. Dass es vielleicht ein bisschen gelber ist oder so, weil ich irgendwie finde ich... So erkennt man da kaum, dass da irgendwas sich geändert hat. Natürlich im letzten... Das letzte ist es dann, aber... Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Was soll ich machen? Genau, wir brauchen eine... Ähm... 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 Ja. Genau, eine Steinfeldhacke brauchen wir. Und wir brauchen... Eine... Steinaxt. Genau, Steinaxt war das Wort. Und... Ihr werdet vielleicht im Laufe des Let's Plays, ähm... Feststellen, dass ich irgendwie die Angewohnheit habe, nicht alles wirklich kompakt zu bauen. Das liegt vielleicht daran, dass ich eben... Ähm... Let's Build schon so ein bisschen kompakter baue. Aber... Hier werde ich das jedenfalls sehr wahrscheinlich so machen, dass wir hier ziemlich weit ausschweifend das Ganze machen. Kann man vielleicht dann später noch ein... Ja, vielleicht eine Minecraft-Strecke oder so legen. Das ist natürlich noch alles in weiter Zukunft. Aber... Es ist hier durchaus mal eine Möglichkeit, daran zu denken. Und... Ja, damit wir praktisch... Ich würde natürlich auch mehrere Behausungen machen. Das ist jetzt vielleicht jetzt irgendwie... Später wird es eigentlich unser Ferienhaus werden, was wir hier gerade bauen. Aber das ist jetzt, ähm... Erstmal... Das erste Domizil. Und... Ja... Deswegen werde ich... Da jetzt auch erstmal weiterbauen, bevor wir uns irgendwie vielleicht einen besseren Platz und einen schöneren Platz, einen größeren Platz, einen kleineren Platz, was auch immer. Da... Ja... Ich kann natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt irgendwie... Und jetzt sagt, ach, jetzt hast du jetzt und sehe ich 100.000 Folgen, ähm... Nur eine Farm gebaut, dann lass doch mal irgendwie was wieder was anderes machen. Also schreibt es ruhig in die Kommentare, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, in die Mine wollt oder auf Erkundungstour oder irgendwas Neues bauen wollt. Am besten dann gleich auch dabei was. Und... Ja... Dann denke ich, werde ich das bestimmt auch irgendwie einrichten können. Ich werde mir hier jetzt einfach mal ein bisschen Platz schaffen, damit wir hier was ordentliches anbauen können. Weil wir natürlich später hier ein paar Kürbisse haben. Ich weiß gar nicht, haben wir oben Kürbisse. Ist ein bisschen blöd, weil ich habe mehrere Maps, wo ich, ähm... Ja, wo wir praktisch ein bisschen auf... Im Singleplayer... Teilweise im Singleplayer habe ich, glaube ich, drei Maps. Wo ich angefangen habe, Survival zu spielen. Und teilweise auch Sachen ausprobiere. Und dann im Multiplayer haben wir eine Map. Bevor jetzt irgendwelche Fragen kommen, ob wir da drauf kommen. Nein, kommt hier erstmal nicht. Weil es ein Privatserver ist. Und wir da einfach so privat eben spielen, wie der Name schon sagt. Und, ähm... Das ist aber eigentlich auch ein ganz normales Survival-Normal-Server. Also, im Grunde ist ja der, ähm... Ist ja das letzte Bild auch ein Server. Aber, da ich auf dem Server alleine baue und den nur aus, ähm... Aus plug-in-technischen Gründen... Mir fällt auf, die Geräusche sind wieder ein bisschen laut. Aus plug-in-technischen Gründen, das, ähm... Auf einem lokalen Server praktisch laufen habe, Bezeichne ich das eigentlich jetzt nicht unbedingt immer als Server. Aber das könnte natürlich jeder selber entscheiden, wie er es nennt. Ich nenne es nicht Server. Sondern halt einfach irgendwie... Keine Ahnung. So. Dann haben wir das hier auch wieder weitergesät. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich wieder hier hoch. Und schlafen wieder eine Runde. Wie gesagt, weiß ich gar nicht genau, wie lang die letzte Aufnahme war. Aber, wie gesagt, habe ich das da angesprochen. Ich glaube, es war es da. Dass wir praktisch jetzt nicht mehr das Problem haben mit dem, ähm... Dass es irgendwie zu lang wird oder so. Ich weiß nicht. Natürlich wird es da wieder irgendeine Obergrenze geben. Bis jetzt stand da jetzt noch nichts, was die Obergrenze ist. Vielleicht sind es jetzt 20 Minuten. Vielleicht sind es 30 Minuten. Keine Ahnung, wie lange ich das machen kann. Aber 16 Minuten wird bestimmt schon mal gehen. Und ich will hier jetzt schlafen, Mensch. Schlaf, schlaf, schlaf. Es ist dunkel. Ich will schlafen. Das ist natürlich auch etwas, was ich finde, was noch verbessert werden muss. Ähm... Dass man praktisch auch tagsüber schlafen kann. Und zum Beispiel nachts aufwacht. Ist ja eigentlich auch ganz logisch. Dass wir mal ein kleines Mittagsschläfchen machen oder so. Um dann... Ja... Um dann eben in der Nacht rauszukommen. Wenn wir zum Beispiel Silvester feiern wollen oder so. Was jetzt eigentlich erst mal nicht der Fall ist. Aber es ist ja durchaus möglich. Ja, dann haben wir hier... Dann mache ich mir, glaube ich, da gerade mal ein paar Brote raus. So. Die ersten beiden Brote. Vielleicht habe ich das schon einfach mal gesagt. Ich weiß es gar nicht genau. Aber... Jedenfalls haben wir hier schon ein paar Brote gemacht. Das war schon mal sehr schön. Und dann, denke ich, machen wir das hier auch mal weg. Und können die eigentlich dann gleich auch abbauen. Wenn wir dann fertig sind. Das ist, glaube ich, noch nicht fertig. Das ist dann auch noch nicht fertig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Wenn die in der Sonne... Ne, habe ich nicht das Gefühl. Vergiss es, was ich eben gesagt habe. Und... Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Ja... Natürlich. Was sind so die nächsten Ziele? Die nächsten Ziele werden jetzt natürlich erst mal sein, den Apfel da drüben zu nehmen. Und hier ein bisschen das Feld weiter zu bepflanzen. Diese Sachen, die sammle ich jetzt mal auf. Obwohl wir sie dann überhaupt nicht brauchen. Ich nehme sie jetzt trotzdem mal mit. Ja, und wenn irgendjemand eine Möglichkeit... Genau, das wollte ich mich auch immer fragen. Wenn irgendjemand... Boah, wir haben ziemlich viel Holz dabei. Wenn irgendjemand eine Möglichkeit hat... Oder weiß hat... Weiß, wie man irgendwelche spektakulären, automatischen Farmen machen kann. Und hier habe ich nämlich gerade zwei gemacht. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Kuhfarm oder so. Also, ich will versuchen, so ein paar Sachen praktisch zu bauen. Um das Ganze ein bisschen interessanter wirken zu lassen. Ich glaube, wir wollen es nicht interessanter wirken zu lassen. Sondern es interessanter zu machen. So, und wenn ihr da praktisch irgendwelche Ideen zu habt, wie wir das da machen könnten, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Also, falls ihr jetzt irgendwie die Möglichkeit gefunden habt, an einer Schweinefarm zu machen oder so. Wobei Schweine nicht so effektiv sind. Eigentlich sind Kühe, glaube ich, die effektivsten Tiere. Oder, also von Nahrung her. Oder eben Hühner. Nur bei Hühnern und Kühen. Das ist bei mir so ein bisschen das Problem, dass die mich extrem aufregen, wenn sie die ganze Zeit muhen oder gackern. Deswegen werde ich so Farmen auch nicht in die Nähe von irgendwelchen Häusern machen. Sondern die eher weiter weg. Bauen. So, den Apfel da drüben nehmen wir auch gerade nochmal mit. Und, ja, wie ihr hier auch seht, haben wir ja, fange ich jetzt hier an, diese, ähm, diese Zwischen, ne, wie soll ich es denn eigentlich, diese Holzwege hier praktisch langzubauen. damit wir da, ne, damit da eben nichts ins Wasser reinkommt, das habe ich ja auch schon im elften, zwölften Part, ich weiß es nicht genau, habe ich, ähm, das hier auch schon mal angesprochen, warum ich das mache. weil ich einfach keine Lust habe, dann immer Wasser rein, Wasser raus, Wasser rein, Wasser raus. Nur weil da die paar Sachen da reinfallen und das hier ist wieder ein bisschen ein Fail, vor allen Dingen, weil es die Ecke ist und wir dann keine, ähm, ja, das Wasser jetzt hier hinläuft. Aber das werden wir später fixen. Hoffe ich doch. Wenn nicht, haben wir halt so ein bisschen Wasser rauschen, ist ja eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt, weil es ja eigentlich auch ein bisschen unlogisch ist, dass hier das Wasser einfach die ganze Zeit nur steht und dann nicht irgendwie packig wird oder so. Aber, Minecraft ist halt einfach nicht das Spiel, wo man dann so 100% irgendwie Realismus erwarten kann. Es ist natürlich schon sehr gut gemacht. Es gibt viele Möglichkeiten, da irgendwie was zu ändern, aber, naja, ich finde es gut, so wie es ist. Es gibt ein paar Sachen, die man fixen könnte, aber, dann ist es wieder so, wenn man dann irgendwie ein Plugin hat, was es fixt, dann ist es meistens auch so, dass ich es dann doch irgendwie besser finde, wenn wir es solche haben. Also von daher macht euch nicht groß was draus. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das sollte eigentlich dicke reichen. 7 von diesen Teilen. Ja, eigentlich wäre 8, ja, perfekt. Dann hätten wir nämlich genau 2 Stacks. Genau, das werde ich jetzt hier auch machen. Wir nehmen es praktisch oben nochmal gleich den Eimer mit. Ich schaue gerade mal, wie spät es ist. Ne, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass es nachmittags, beziehungsweise mittags, so ein bisschen dunkel wird. Und dann frage ich mich immer, hä, es kann doch nicht schon wieder Nacht werden? Und es wird auch noch nicht Nacht. Es wird einfach anscheinend mittags dunkel. Ja, und dann würde ich sagen, ja, mir fällt auf, dass ich ziemlich oft Ja sage. Ja, ja, ja. Das fällt mir auf. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das war zu früh. Das ist jetzt aber eigentlich auch relativ egal. Das war richtig. Das ist ja auch wieder zu früh, wenn ich jetzt drauf haue. Das ist richtig. So, das heißt, wir holen jetzt von innen schnell nochmal rein, gesprintet. Nehmen uns da, okay, ich glaube, ich kann gleich mit mir sprinten. Nehmen uns hier die, da ist der Eimer, den Eimer mit raus. Phrasen mal gerade ein Brot in uns rein. Auch wenn man, na, auch wenn man es nicht wirklich braucht, aber ich phrase es halt trotzdem mal. Autsch, Autsch, Autsch. Und ja, ach genau, ich weiß noch, genau, das wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Zum Thema Mine. Natürlich werde ich jetzt erstmal schauen. Mal gucken. Jetzt wird ich erstmal da. So, perfekt. Werde ich erstmal schauen, ähm, ob wir noch irgendwie eine schöne Höhle finden oder so. Aber, falls das nicht der Fall sein sollte, ist natürlich die Frage, legen wir dann eine Mine an, künstlich, praktisch einfach erstmal stumpfes nach unten graben und dann unten an welche Gänge quer durch. Oder seid ihr eher dafür, dass wir praktisch weiter auf die Suche gehen und nur in Höhlen, Minen, was weiß ich was gehen, die praktisch da auch sind. Natürlich werden wir die Mine finden, denke ich, werden wir ziemlich lange Zeit damit verbringen, ähm, da irgendwie drin zu, naja, irgendwelche Sachen zu suchen, aber, wenn das eben nicht der Fall ist und wir ja relativ bald auch mal wieder irgendwelches Eisen zu brauchen, wenn wir was komplizierteres bauen wollen, ich hab auch nicht die ganze Zeit Lust, die ganze Zeit mit Steintools zu arbeiten, müssten wir ja mal auf die Eisensuche gehen, denn ich denke da, haben wir da hinten, haben wir hier, ne, da haben wir gerade nichts, aber ich denke, ich werde natürlich da schon ein bisschen durch die Gegend, ähm, gehen und uns das mal anschauen, aber wenn ich halt relativ bald nichts finde, also wenn ich natürlich dann auf die Suche gegangen bin, ist ja dann logisch, dann denke ich, ähm, würde ich dazu tendieren, eine Mine anzulegen, das ist natürlich auch nur rein, ja, ist eigentlich jetzt nur so gedacht, natürlich müssen wir es nicht so machen, wir können sich auch ganz anders machen, aber ich würde einfach mal gerne eure Meinung zu hören, wenn ihr das Let's Play guckt und ja, könnt ihr dann einfach in die Kommentare schreiben, wie eigentlich jedes Mal und dann würde ich sagen, beende ich hier jetzt auch mal die Aufnahmen, wie sehr noch nicht, ich weiß nicht genau, ob es Überlänge hat, weil, warum? richtig, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich hoffe, beim nächsten Part mache ich es jetzt mal und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, ciao!